Hallo ihr Lieben! Schön, dass ihr dabei seid. Heute gibt es bei mir ein ganz einfaches Rezept. Bratkartoffeln, Gehacktes und Fetterkäse aus den Pfannen. Und wie es geht, zeige ich euch jetzt. Hier schon mal die Zutaten für euch. Die Liste der Zutaten ist sehr überschaubar. Ich habe hier Kartoffeln, Gehacktes, Gemischtes, Fetterkäse, Lorbeerblatt, Knoblauchzeh, Zwiebeln und Gewürze, Paprika edelsüß, Salz und Pfiffer. Und ich brauche noch Öl zum Anbraten. Die Mengenangabe ist wie immer in der Beschreibung unter dem Video zu lesen. Und jetzt geht es los mit Kartoffeln und Zwiebeln schneiden. Die Kartoffeln schneide ich in Würfel. Man kann sie schneiden, wenn man möchte, entweder scheiben oder längst. Aufpassen, dass die Stücke nicht zu groß sind. Die Zwiebeln werden in Ringe geschnitten. Jetzt geht es am Herd weiter und es wird angebraten. Alle Sachen nach und nach. Das Öl wird erstmal erhitzt. Jetzt gebe ich das Hackfleisch rein. Jetzt salze ich das Fleisch. Auch ein bisschen Pfeffer kommt noch rein. Das Fleisch ist jetzt gut eingebraten. Und ich nehme es raus. Und als nächstes brate ich die Kartoffeln. Salz und Pfeffer. Auch noch ein bisschen Paprikapulver. Und ich brate die Kartoffeln etwa 5 Minuten. Die Kartoffeln haben eine gewisse Bräune bekommen. Und dann kommen die Zwiebeln dazu. Gut umrühren. Dann kommt der Deckel drauf und dann lasse ich erstmal 8 bis 10 Minuten alles zusammenbraten. Ab und zu umrühren. So. Okay. Die Kartoffeln und die Zwiebeln sind jetzt fertig. Jetzt kommt das Hackfleisch zurück in die Pfanne. Dann wird auch noch der Feta-Käse hier oben drauf zerbröselt. Die Knoblauchzehe werden auch reingepresst. Restliche Edelsüß-Paprika kommt noch rein. Ein bisschen Pfeffer noch. Salz. Und ein Lohbeerblatt. Einmal leicht umrühren. Deckel nochmal drauf und 2-3 Minuten alles zusammen köchen lassen. Et voilà. Fertig ist das leckere Abendessen. Es ist sehr lecker. Sehr schnell zuzubereiten. Macht es nach. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Kommentiert. Und sehr, 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 sehr wichtig ist, nicht vergessen zu abonnieren, um bei dem nächsten Video dabei zu sein. Bleibt gesund, ihr Lieben. Eure Tati. Tschüssi. 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 Tschüssi.